Check this out! Und natürlich als kleines Dankeschön an euch, habe ich mir überlegt, dadurch, bis wir bei uns auf dem Server als Spenderin gehad haben, da hat sich jetzt gerade jemand mit dazu gesellt, macht nichts, du bist auch der Beste, genau du, du bist der Beste. Und ja, wie gesagt, ich werde da halt ein kleines Special halt machen, ich werde auf dem Server ein Let's Play anfangen und das Ganze wird sich halt so abstellen, dass ich halt ins City Build reingehe. Und mir dort halt ein GS suche und dann halt da mein Haus baue und ganz normal Farmen gehe und ohne GEM natürlich halt ganz normal wie ein normaler Spieler halt und dann werde ich es halt so machen, dann werde ich mir halt so eine Art Briefkasten halt bauen oder ähnliche Sachen und dann könnt ihr da mir Brief reinschmeißen oder ähnliche Sachen oder Anregungen oder so und ich werde das versuchen in fast jeder Folge mal irgendwie so ein bisschen was vorzulesen von euch. Und als zweites Dankeschön, beziehungsweise als zweites Goodie für euch, ne, genau für euch, ne, ich habe jetzt gerade was geschlossen, oh nein, 500 Abos macht nichts, ich baue das gleich wieder auf. Ähm, ne, als zweites Dankeschön habe ich mir überlegt, dass wir bei unseren Spenderängen, ne, auf jeden Rang 5 Euro Rabatt geben werden und zwar das Ganze wird laufen bis zum 14. Juli 2014. Und, ja, ihr müsst einfach nur, ähm, ins Forum gucken, da werdet ihr einen speziellen Code halt finden, ein Pong-Code nennt sich das, ähm, den gebt ihr dann halt ein und dann, ähm, wenn ihr das eingegeben habt, kriegt ihr halt natürlich 5 Euro Rabatt auf jeden Rang. Ähm, ja, wie gesagt, herzliches Dankeschön an euch und ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Server, auch bei meinem neuen Projekt. Äh, würde ich mich freuen auf jeden Fall, wenn ich von euch ein paar schöne Briefe bekomme und, ja, macht so weiter und zockt stets weiter bei uns auf jeden Fall. Das war's von mir und danke, ciao!